Jo, meine Kollegen, was geht? Willkommen zurück zu Spiel mit der Waffe und ich sehe gerade, wir spielen zum dritten Mal Hijacked. Ja, schon langsam wird's ein bisschen belastend. Oh, du bist scheiße, okay. Danke. Wie ich vorhin gesehen habe, gibt es einen ziemlich guten Typen unter dieser Lobby, also in dieser Lobby, um genau zu sein. Danke. Boah, wo ist denn der? Achso, der ist oben. Danke sehr. Uh, äh, ja. Versuchen wir einfach wieder das Beste draus zu machen, wie immer halt. Bist er? Hey. Das laufen wir doch nicht. Okay, das war, glaube ich, der Typ, der so gut ist. Ah, endlich diese verkackte Shotgun haben wir weg. Noll. Okay. Sieht nicht schlecht aus. Boah. Holy shit. Holy shit. Nein. Fuck. Oh Gott. Shit. Das ist der Typ, oder? Ich glaube schon. Nein. Was? Mann, ich zieh voll rauf. Scheiße. War da nicht einer? Okay, dann eben nicht. Gegner. Hallo, Freunde. Okay, hat er nicht bekommen. Nein. Ich muss auch. Oh, oh, oh. Was war denn das? Gerade mit dem Geräusch? Nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh. Holy. Holy fuck. Geht alle. Weg von mir hier. Oh Gott. Genau getroffen. Direct Impact. Wie die hochgeflogen ist, ey. Holy shit. Nein. Du besiegst mich nicht, Kollege. Ja. Nice. Und wir sind schon wieder beim letzten. Okay. Und ja, bam. Die schneiden wir noch. Was er? Da drüben ist er. Komm. Oder wir nehmen einfach den da oben. Jawohl. Einfach so gechillt. Man, ich drücke immer auf den Xbox Startbutton. Oh Gott. Einfach gechillt den Typen da oben nehmen. Ja, ja. Wenn man da oben so wartet, dann kann es sein, dass es einen schnell trifft. Und tot. Gut. So. Leute. Falls es euch gefallen hat, dann seht es schon bei den Standardspruch. einfach, sag ich immer. Äh, falls es euch ge... Le... Lol. Rechnen sie 125 Abschüsse mit dem CF EOTech Visier. Nice. Ja, falls es euch gefallen hat, lasst ne Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder von Spiel mit der Waffe. Ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. So. Ciao. Bis zum nächsten Mal.